Das ist Peter, ein Deutscher, der jetzt in Zürich arbeitet. Und das ist Marc aus Konstanz, der schon immer und ewig dort arbeitet. Beide verdienen 4000 brutto, Schweizer Franken und Euro. Das ist aber das Gleiche. 35 Jahre sind sie beide alt und wir wollen wissen, wie viel wird dem abgezogen und wie viel haben sie am Ende als Nettolohn. Der Peter, dem werden verschiedene Sozialabgaben abgezogen. Und er zahlt die sogenannte Quellensteuer, was der Lohnsteuer entspricht. Marc wird die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und die Krankenversicherung abgezogen. Und jetzt kommt die Lohnsteuer mit 588 Euro. Richtig heftig. Dem Marc bleiben 2539 Euro Nettolohn übrig und dem Peter 3044 Schweizer Franken oder Euro übrig. Also Marc mit einem sehr guten Lohn bleiben weniger übrig als Peter mit einem recht tiefen Lohn für die Schweiz. Herzlichen Glückwunsch später. Aber Achtung, Achtung, bei dir sind die Kosten deutlich höher in der Schweiz. Das ist Peter, ein Deutscher, der jetzt in Zürich arbeitet. Und das ist Marc aus Konstanz, der schon immer und ewig dort arbeitet. Beide verdienen 4000 brutto, Schweizer Franken und Euro. Das ist aber das Gleiche. 35 Jahre sind sie beide alt und wir wollen wissen, wie viel wird dem abgezogen und wie viel haben sie am Ende als Nettolohn. Der Peter, dem werden verschiedene Sozialabgaben abgezogen. Und er zahlt die sogenannte Quellensteuer, was der Lohnsteuer entspricht. Marc wird die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und die Krankenversicherung abgezogen. Und jetzt kommt die Lohnsteuer mit 588 Euro. Richtig heftig. Dem Marc bleiben 2539 Euro Nettolohn übrig und dem Peter 3044 Schweizer Franken oder Euro übrig. Also Marc mit einem sehr guten Lohn bleiben weniger übrig als Peter mit einem recht tiefen Lohn für die Schweiz. Herzlichen Glückwunsch später. Aber Achtung, Achtung, bei dir sind die Kosten deutlich höher in der Schweiz.